Chemnitz hat sich um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 beworben. 28 Städte und Gemeinden zwischen Freiberg und Schneeberg unterstützen die Chemnitzer Bewerbung. Jetzt hatten Oberbürgermeister und Bürgermeister der Region zwölf internationale Künstlerinnen und Künstler aus der Kunstmetropole Berlin zu kurzen Stippvisiten ein, um die Gegend kennenzulernen. Nach unter anderem Annaberg-Buchholz, Auebad-Schlema und Schneeberg war auch das erzgebirgische Oelsnitz eine Station der zweitägigen Rundreise. Am Bergbaumuseum trafen sich die Künstler unter einem extra eingerichteten symbolischen Schwibbogen mit Bürgermeister Bernd Birkett. Dann wurde das Augenmerk auf alte Gebäude des ehemaligen Schachtgeländes gelegt. Die könnten nämlich für ein Kulturprojekt taugen. Aus mehreren Industriebrachen soll ein neues Gebäude entstehen. Im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung ist für das Jahr 2025 ein großer, viele Städte der Region verbindender, nachhaltiger Skulpturenparcours geplant.